Hi! Kirby ist zurück! Und oh Schreck! Dem bunten Dreamland wurden alle Farben geraubt! Mit dem Wii U Gamepad und der Hilfe eines magischen Pinsels kannst du Regenbogenseile mit dem Touchpen zeichnen und so Kirby den Weg durch dieses kunterbunte Knetabenteuer weisen. Kirby und der Regenbogenpinsel. Nur für Wii U.